Die Jungs von Elstorm Wir waren im Gegensatz zum Bloodstock Open Air im Sommer dieses Mal mit dem Flugzeug nach London geflogen Und hatten von dort einen Mietwagen bis Wales genommen Das Equipment ließen wir allerdings mit einem Van von Deutschland bis zum Hardrock hell fahren Unser Mann fürs Grobe war Lichttechniker Andreas Matusche Der in seiner Freizeit gern 1000 Kilometer am Stück hinter dem Lenkrad verbrachte Vorausgesetzt der Kaffeefluss war gewährleistet Zu gern hörten wir Andreas wilden Geschichten aus seiner Jugend in Leipzig zu Wo er unter anderem auch Herrn Krummbiegel von den Wissen vermöbelt hatte Wild Wild East Andreas war einen Tag airlos gefahren und über Calais und Dover mit dem Schiff auf die Insel gefahren Unser Timing war beängstigend perfekt Denn das Equipment, der Equipmentsprinter und Bandmietwagen rollten fast zeitgleich auf das Gelände Es brodelte bereits auf dem gesamten Areal Und schwarze Gestalten in teilweise abstrusesten Verkleidungen waren auszumachen Sturntruppen, Darth Vader, Wikinger und Piraten Es war kurz vor Mitternacht und die Warm-Up-Party war bereits auf dem Höhepunkt Wir schmissen schnell unsere Klamotten in die super komfortable Ferienwohnung und stürzten uns ins Getümmel Das Innere der Mehrzweghalle roch nach Bierforts, Kotze und schweren Frauenparfüm Auf der Bühne spielte eine abgehalfterte Hardtalk-Band, was aber niemanden interessierte Denn die Massen stapelten sich vor, um und auf der riesigen Theke Dahinter standen dralle britische Mädchen mit Armen so dick wie Oberschenkel und verteilten frischen Gerstensaft Die üppigen Dekolletes der Damen waren Mittel zum Zweck Wir waren natürlich spät dran, erinnerten uns aber eines russischen Brauches, der sich Strafnui nennt Heißt übersetzt, wer zu spät auf eine Party kommt, muss ganz schnell ganz 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 viel Schnaps trinken Bis er auf das Niveau der anderen Gäste kommt Wir waren echte Meister im Strafnui an diesem Abend Es sollte keine wirkliche Nacht geben, denn wie sie herausstellte Befand sich unser Ferienhaus mitten in einem Areal des Geländes, in dem ausschließlich Mädels Quartier bezogen hatten Die Hühner waren allesamt, wen wundert es, stark alkoholisiert Und hatten die Party aus der großen Halle in ihre kleinen Ferienwohnung verlegt RTL 2 hat in diesem Punkt ausnahmsweise mal nicht gelogen Die Britinnen saufen völlig schmerzfrei, bis die Motorik aussetzt und sie umfallen Vorher gilt man vermutlich als Weichei Besonders einige Damen aus Blackpool, einem hässlichen Mollach unweit von Liverpool Stürbten ungefragt unserer Bute, fingen an auf den Tischen zu tanzen und begannen ihre Klamotten auszuziehen Wir schmissen einen großen Schrank um und begannen allesamt darauf ein Biet zu klopfen Das Ganze hatte etwas von einem afrikanischen Ritual Jetzt fehlte nur noch der Moment, dass der Bute-Priester den Raum betreten hätte Cut-Filmriss Das wieder ein Jahr, bis nächste Woche Pheeres Florian Korian Mel